Das wird unsere Aufgabe bundesweit sein, wieder mehr, noch ein bisschen niedersächsischer zu werden, wenn das Bild verratet ist. Da nehme ich in Bayern hier ein. Aber in Wahrheit geht es darum, die Sozialdemokratie muss eine bodenständige Partei bleiben. Sie muss in dem Lebensalltag von Menschen verankert sein. Das ist sie hier bei uns. Das ist sie manchmal nicht mehr an anderen Teilen. Als Kommunalpolitiker hier in Osnabrück ein exzellenter Oberbürgermeister war, hat er natürlich die innen geschlossen nach der Zahl der Einwohnerzahl. Wann sind so wenig Einwohner da, dann machen wir noch das Geld zu. dass die Einwohnerzahl mit ihnen in Das Bild verankert sich. Und dass die Einwohnerzahl ein wenig ist. Ich habe eine Art.